Bam, bam, der Flieb der Freude geht mir voll auf den Sack. Dan, 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 dan. Was, ist mir egal. Gut, und dann ist... Na gut, ich hab's gesehen. Neue heilige Flasche benutzen. Auf Ha. Ha, 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 heilige. Ich hätt mir mal neue kaufen sollen. Ich hab's vergessen. Ist mir egal. Ich hab's gewusst. Ein Orangenbonbon, immerhin. Es ist ja... Umwege für Kack-Items. Und so mögen wir es doch. Noch ein Gegner. Ich guck mal gleich an. Ich guck da selten drauf, um mir selber nicht so sehr zu schaden. Ähm, innerlich. Mit wie vielen Gegnern ich bisher gekämpft habe. Weil ich dann weiß, wie viele Gegnerkämpfe ihr auch schon über euch habt ergehen lassen. Was, äh, bestimmt nicht wenige sind. Hallo? Ey, das weckt mich. Archie? Hat Archie grad den Gegner gebumst, sag ich mal? Was? Archie? Archie! Ein gutes Mädchen mit roten Haaren kann alles kaputt machen. Spiel der Logik willkommen. Hallo? Salbei. Das ist ein gutes Item. So was will ich. Apropos. Apropos. Ja, ja, ja. Runenflasche ist direkt unter Salbei. Wie perfekt ist das denn? Oh, vier. Erhöhe. Eins. Roter Salbei. Und roter Salbei. So, und davon benutzen wir doch gleich mal... Achso. Jetzt. Geil, schön, danke. Ja, dafür sind die halt gut. Die erhöhen maximale dauerhaft. Das heißt, forever. Ähm. Sing ich's? Nein, ich sing's nicht. Gut, ich hab's ein bisschen angefangen zu singen. Es tut mir leid. Aber es ist ein gutes Lied irgendwie. Dieses Forever Young Lied. Ah. Ah, das hat damals Kontinente gespalten. Ich erzähl ein Bock mit's. Aber egal. Keine Ahnung, was dieses Lied gemacht hat. Hat es Kontinente gespalten? Wer weiß. Vielleicht hat es sogar dies getan. Bounce. Das war das Lied der Freude. Das war so klar. Aber warum Luna? Die Gotten. Gotten. Da. Die bigotte Person. Das alte, verheiratende Lied der Ruhe. Ein ruhiges Lied. Okay, Funk Royale. Weißt du, was Ruhe ist? Äh, nein. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich werd ein Lied der Ruhe nicht erkennen, wenn ich vor ihm stehe. Ich weiß, dass es falsch ist. Verdammte Axt. Mann. Ich hab doch einmal schon gesehen, dass Phoenix nix bringt. Warum mach ich's denn nochmal? Denn ich bin Phoenix, Cast of Funke Royale. Oh, mint. Hä? Ich weiß nicht, was Archie von Golf macht. Archie macht vielleicht... Irgendjemand. Und Ruhe. Ich möchte gleich Ruhe haben. Ja, ähm, ja. Gut, das war schon das Lied der Freude. Interessant, interessant. Und Lied der Ruhe. Oh, der Gegner der Aggression. Aber die Gegner hier sind jetzt auch noch nicht so, dass ich mir denke, boah, total schwer. Sondern mehr so, jo, mit Maxwell ist alles eigentlich klar. Das ist übertrieben. Guckt euch das an. Was ist das? Bums. Ist doch genial. Entbannen. Was ist entbannen? Mint, was ist entbannen? Mint, 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 mint. Zeig mir dein Entbannen. Heilt Freunde von Statusproblemen. Oh. Still oder Langsam. Hä? Okay. Naja. Das klingt jetzt so, als wenn es mich nur vor Still und Langsam heilt. An dieser Statue ist ein Knöpfchen. Möchtest du das Knöpfchen drücken? Na, Klärchen. Ne, das war doch das Lied der Dunkelheit, oder? Aber es ist auch ziemlich ruhig. Also, ich bin gerade verwirrt. Ein ruhiges Lied, was aber auch... Äh... Egal. Okay, heilige... Heilige Madonna. Stimmt, das sind gute Videos. Ähm... Googelt mal Batman Holy Words. Da gibt es zwei Videos. Ziemlich lustig. Also, das sagt nicht Batman, sondern Robin. In der deutschen Version der Serie. Land and Steak. Schön. Und alle Sachen, wo ihr jemals das... In den Satz... Dieses... Heilige Macaroni oder sowas gesagt habt. Und jetzt, ich zeige es euch. Ich heile den Gegner. Ja, hiermit nicht. Keine Ahnung. Ich seh's ja nicht. Brum, 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 sprum. Zeroo Chance. Boah, ist genial. Das ist so übertrieben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich gucke mal, ob dies das Lied der Ruhe ist. Aber ich glaube nicht. Ne, das war halt die Höhle. Ich hatte recht. Und noch mehr Leichen. Leichen pflastern meinen Weg. Der war richtig schlecht. Aber immer wenn Witze schlecht sind... Also, wenn ich einen Witz planen will, dann klappt es nicht. Das ist halt das Schöne Mir fällt nicht mal auf, wenn ich irgendwas witziges sage Ihr schreibt es mir dann immer so Ja, Funk Royale, die Szene da bei 8 Minuten und 12 Sekunden So, witzig! Ich kapier's nicht, oft Auch wenn ich mir dann selber zuhöre Ich dann so, hä? Das ist ja witzig Das bin ich Ich erzähle über mein Krebslein Und ihr lacht euch darüber dann immer tot Und? Ja, das ist total ruhig, das Lied, ne? Oh ja Also für Funk Royale ist sowas ruhig Das wird wohl stimmen Jaja, das ist das richtige Lied Definitiv Was ist das denn für ein Kacklied? Motoi Sakuraba Was ist das? Max will Und wir probieren's aus mit Ich seh's doch nicht Heile ich ihn oder nicht Nur weil er mal wieder Max will machen musste Wofür ich ihn noch ein wenig liebe Ja Und? Ich hab's gewusst Ich hab's euch gesagt Prophezeit Whatever Und, und, und Mach schnell, mach schnell, mach schnell Ja, gut Boah Knapp, knapp, knapp Aber er ist tot Ach, Klaas Klaas, mein Klaas Mein Klaas, mein Klaas Ist egal Schöne Musik Und eine Truhe Zwei Truhen, okay Charm Und Orange Naja Es Schwachsinn Und da ich meine Oma ja gerne umarme Äh, habe ich, glaube ich Ihr Deo ein wenig aufgenommen Zumindest leicht Als Geruch Als was sonst Als Katze? Nein Mein Gott Max will Banz, 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 banz Ultra-Golf-Bälle Schweben durchs Bild Und vernichten alles Das war eine Logik So, jetzt hier unten Der letzte Raum noch In dem, mit dem, mit der Gagel Atzenkeeper, genau Atzenkeeper ist das nicht Ich glaube, das ist einer meiner Zugucker Keine Ahnung Keine Ahnung Und Ruhe Lass Ruhe einkehren Ja, das ist ruhig Das erkenne ja auch ich Obwohl, das ist natürlich ruhig Ach, ich weiß nicht Keine Ahnung von Musik Doch, habe ich It's the lightning Immer noch Nullschein Ihr seid gegen Elemente Immun Nochmal Ihr seid gegen Elemente Immun Außer gegen Erde Das ist gut zu wissen Für mich Aber ich glaube Ihr gebt mir auch wirklich Dieses Schwert Oh Gott Das war Archie Oh, na, dann Oh, ohne Angriff Oh, mein Junge Hallo, 1000 Schaden Boah Übertrieben Aber egal Das sind ja nur solche Also ich meine Es sind keine Exos Echt, die Exos waren die bescheuertsten Gegner Sie waren nicht unbedingt schwer Nein, sie haben mich einfach nur versteinert Oh Oh Dille, dille, dille Brigand Hier Die Brigandinen Leute Ja, und wieder Null Schaden Ach, Dreck Na, ist egal Na, 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 na Gut, und jetzt nochmal ein Tausender Oh, ist ja eklig Kein Tausender Schaden Das ist ein schlechter Durchlauf Und warten Ablocken Ja Wunderbar Genau so dachte ich es mir auch Oder so ähnlich Ja, ein bisschen so ähnlich Ich glaube, ich dachte es mir Mal wieder Ach ne, ist sie noch an? Und jetzt Kämpfe 593 Stunden 12 Stunden Ich spiele dieses Spiel schon einen halben Tag Wenn ihr mir jetzt zuschaut Und ihr habt alle Videos schon gesehen Heißt es, ihr guckt mir einen halben Tag schon zu Oh mein Gott Wird euch irgendwas klar? Ihr liebt mich Genau Nein Äh, krank Äh, nicht krank Ja, ihr seid alle krank Nein, aber krass Das war mir ja so gar nicht bewusst Ups Äh, okay Das ist die Statue der Ruhe Interessant Äh Und Dann Wenn es doch mal irgendwie Klappen könnte Dass die heilige Flasche auch Ey Er stand doch nah genug dran Dachte ich Das ist ja dreckig So Aber wenn die heilige Flasche mal Irgendwie funktionieren würde So wie sie sollte Nämlich Gegner erscheinen nicht Oder hält Gegner von dir fern Dann wäre ich auch schon ein wenig zufrieden Und wieder du mit deinen 8 Trilliarden Schaden Rrrr Snackischer Ja Genau sowas meine ich Geile Kacke Aber das ist ein cooler Gegner irgendwie Weil er ist so groß wie ich Und trotzdem sehr schön stark Sowas mag ich immer Ja Und nicht so ein Übermonster Was im Endeffekt dann nur ein Pups Damage macht Wo ich mir dann denke Hallo Was haben die Entwickler sich dabei gedacht So ein Megamonster hinzustellen Und dann im Endeffekt Keine HP einzufügen Silber Cape? Hm? Hall? Hall? Dieser Mädchen meint Lässt Feuer zu 30% abprallen Heißt das ich hab ne 30% Chance Dass es abprallt oder Äh Absorbiert es Äh Feuerattacken zu 30% Das würde ich gerne wissen Weil das steht da nicht Äh Genauer beschrieben Klack klack Oh ich liebe es Oh Okay die Leichen haben überlebt Interessant Aber irgendwie machen die noch nix Aber ich möchte es auch nicht Ausruf oder ausschreien Dass die mal was machen sollen Weil wenn sie was machen Ist es ganz bestimmt tödlich Kann das sein? Irgendjemand kennt das Spiel Mal wieder Archie level up Und Fragezeichenwaffe Mal wieder Hm Wir gucken mal Das ist ein schnelles gucken 14 Und die anderen? Hö? Hall? 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 Hm 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 Keine Ahnung Es ist ein bisschen Bis zum nächsten Mal.